Eine Frage, eine Antwort. Das sind unsere Quick-Tipps rund um das Thema Sonnensegel. In diesem Video beantworten wir folgende Frage. Kann man Holzmasten für Sonnensegel farbig lasieren? Holzmasten und Pfosten aus Eiche, Douglasie oder Rubinie sind für den langjährigen Einsatz bei ihrer Sonnensegelanlage bestens geeignet. Douglasie und Eiche benötigen allerdings eine Grundierung sowie eine Lasur, um Wind und Unwetter über die Jahre optimal zu trotzen. Durch eine geeignete Lasur können Sie zudem Farbe ins Spiel bringen. Von dunkelrot über ockergelb bis hin zu ultramarinblau haben Sie hier die Wahl. Auch sind zum Beispiel grün, weiß und schwarz eine Option. Weitere Informationen zu dem Thema und den Besonderheiten bei Holzmasten finden Sie hier in der Infocard verlinkt. Viele weitere Informationen rund ums Sonnensegel finden Sie auf unserem YouTube-Kanal oder in unserem Online-Shop. Haben Sie noch eine offene Frage? Schicken Sie uns die einfach zu.